so wir kommen zurück wir stehen da kurz vor den kampf gegen agonim und er geht es so als aufs maul von uns oh nein ha domi ich habe dich schon erwartet eigentlich wollte ich mich zuerst um zeller kümmern siehe dies wird ihr letzter atemzug sein nein jetzt ist das siegel der sieben weisen endlich für immer gebrochen es ist nur eine frage der zeit bis dieses land vollständig den bösen mächten gehört wenn wir der stamm des bösen über die goldene macht verfügen kann uns auch der hält aus der legende nichts mehr anhaben ich verlasse dich nun bleib hier du scheinst mich und dein ende anzuflehen dann erlaube mir dir diesen wunsch zu erfüllen ich habe oft gesehen dass alle ihn mit dieser technik machen ich finde auch doof was hat man als masterswert geholt ich erledige mit dem nach warte du und ich sonst niemand ich will deine kugel haben nicht diese kugel aber das habe ich vergessen ich habe es nicht getraut noch mal macht oder nicht schön nicht schön verdammt 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 nein du machst du nicht plötzlich auch nicht bewegt wenn man da ist dann macht es in den blitzen die sind böse wenn man gesehen hat ich wollte sagen frist den aber ich glaube das konnte ich mir sparen nein ich liebe diese feen wie oft die wir schon den arsch gerettet haben so runde die gegen dich und die nächste an mich ich sag's dir nein um ein pixel daneben okay macht seine blitze das ist auch viel aus ja okay nein wieder nur ein pixel verfehlt und seine blitze macht er wieder nicht übel hält doch für eine niederlage bin ich noch nicht bereit ich werde dich in die schattenwelt verbannen nein das war auch so nicht ich bin es der zu dir spricht der ort an dem du jetzt stehst war einst das goldene land doch nun ist es die schattenwelt in der das böse reagiert der magier scheint das siegel der weißen gebrochen zu haben dadurch sucht er eingang des palastes eine verbindung durch die das böse der schattenwelt in die lichtwelt eindringen kann nur wenn die goldene macht zurückgewonnen wird kann die lichtwelt gerettet werden befreie die sieben weiden 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 wir sind in der schattenwelt und es wird sogar angezeigt doch so ein grafikfehler sich aneignet egal dass da der erste kristall zu finden ist aber ich hole mir jetzt mein herz so die hälfte haben wir wieder und von dem was ich an arme gesprochen habe sachen den dort dann schon das möchte ich hier mit ich weiß ich bin einmal reingekommen weil ich weiß nicht mehr wie das gegangen ist vielleicht ist ihr ja ich habe gehört man muss alles geholt haben und ähm dieses vorschwörts durchgespielt haben was auf der auf dem park noch dabei war aber selbst das ging nicht ich kann ich habe es geschafft diesen also ich kann hier links spielen das weiß ich ich habe ja schon gemacht vielleicht kann ich das auch mit einem kumpel von mir jetzt bleiben in der volt müsstest du halt nur sagen und ja aber ich würde diesen tempel gern mal wieder machen also die herzen holen alle und wo diese stark alle gegenstände holen das werde ich auf jeden fall machen aber das wird in diesem tempel kann ich halt nicht versprechen jetzt aber ich werde würd's gern machen ja genau lass uns mal zum ersten tempel gehen palast der dunkelheit heißt er da das ist ja das ist eigentlich ich würde sagen es ist ein großer tempel also haben wir es nicht schnell durch die die bühne habe ich genug das ist schön weil die brauchen wir gleich mindestens 100 stück glaube ich oder waren es 500 wieder keine ahnung für ein haufen oder sogar dort 300 wofür zeig ich euch gleich wenn ich bin den bekehrten weggegangen Das war Knopf. Okay, hier sieht man sogar den Weg eigentlich. Ich glaube, das war auch Absicht. Da, man sieht schon. Ich sehe, wie der Maus ist. Da, ist schon was hinter mir. Kreis! Ich bin Kiggy, der Affe. Rubine liebe ich über alles. Kreisch, Kreisch. Schenkst du mir jetzt den Rubine? Ja. Das muss man machen. Kreisch, danke schön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten, Kreisch. Ja, und sobald wir einen Schaden nehmen, ist der wieder weg. Man muss ihn nochmal holen. Aber diesen Affen brauchen wir, damit uns das Tor öffnet. Kreisch, wer 100 Rubine, öffne ich dir diesen Eingang. Kreisch, Kreisch. Kreisch, bist du das? Ja, sei so nett. Kreisch, gute Wahl. Dann mal her mit den 100 Rubinen. Es wird kaum Geld geil hier. So, danke schön. Ja, Level 1. Level 1? Palast der Dunkelheit. Äh, wo muss ich gleich nochmal das Erste langen? Okay. Da lang, glaube ich, wo es? Was bei dem Zauberpulver auch gut ist, ist, wenn ich es treffe. So. Jetzt haben wir es gesehen. Pass auf, der Schulklachs gleich. Ähm, da kam die Fee raus. Aber... Mache das eher ungemein, weil ich eher getroffen wäre, als wie die Fee kommt. Von mir kannst du mich hören, ich bin jetzt Zelda. Oh, ich bin in Schülkrötenfelsen, oben auf dem Todesberg eingeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber ich bitte... Aber ich bitte, beeile dich. Ich warte auf dich. Wenn ich Grammatik, ist es glaube ich nicht so gut gewesen. Ha! Wusste ich es doch. Oh. Na, 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 na. Äh. Strom... Fließenden... Schauen, was sich alles öffnen wird hier. Oh, nix. Richtig, nix. Oh, nee. Die sind so kacke. Besonders der... Äh, da. Der wenig einen anschaut, der... Hat dich zum... Sogänentlichen anspuckt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und Schub. Hey, langsam wird sie mit mir. Und die Karte. Ja. Dann einmal... Hier eine Bombe. Aber... Die kann sich... Und hier eine Bombe. Wir können ganz schön gemeinsam diese kleinen Dinger. Na ja. Ich würde sagen... Ich beende diesen Part erstmal wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.